Dieser Tag verändert alles für sie. Miri, vom Stamm der brasilianischen Saterrema V, muss die berüchtigte Ameisenhandschuhprüfung bestehen. Es ist ein unbeschreiblicher Schmerz. Während Renate aus Mexiko City eine pompöse Prinzessin in Party feiert. An diesem Tag dreht sich alles nur um mich. Zwei verschiedene Kulturen, ein gemeinsames Ziel. Endlich erwachsen sein und als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft akzeptiert werden. Du bist perfekt. Wenn du das Ritual nicht bestehst, denkt jeder, du bist ein Angsthase. Unsere Reise beginnt im brasilianischen Regenwald. Hier gibt es bis heute eine Vielzahl an indigenen Völkern. Und jedes davon pflegt seine eigene Kultur. Im Amazonasgebiet, eine halbe Stunde flussaufwärts von Manaus, leben Mitglieder des Volkes Saterrema V. Das kleine Dorf mit 150 Einwohnern ist die Heimat des 13-jährigen Miri. Miri wohnt hier mit seinem Vater, seiner Mutter und seiner kleinen Schwester. Ihr Zuhause ist ein selbstgebautes Haus. Es gibt dort Strom, Internet und alles, was die Familie zum Leben braucht. Die meiste freie Zeit, wenn Miri nicht in der Schule ist, verbringt er mit seinen Freunden. Von seinem Leben als Erwachsener hat er genaue Vorstellungen. Ich will ein Jäger werden. Genau wie mein Vater. Ein Arbeiter. Und ich will von der Dorfgemeinschaft respektiert werden. Die Familien hier leben vom Fischfang und der Jagd. Auch Miri soll schon bald eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft einnehmen. In Vorbereitung auf das Ritual wird er bemalt und es wird ein Krokodil verspeist, das er und sein Vater am Vorabend erlegt haben. Seine Mutter ist sehr stolz auf ihn. Miris Aufgaben sind es, mit zum Jagen und Fischen zu gehen, im Haushalt zu helfen, sauber zu machen und auf die anderen Kinder aufzupassen. Er arbeitet wie ein Erwachsener. Doch noch ist er kein Erwachsener. Dafür muss er erst an einem traditionellen Reife-Ritual teilnehmen. In dessen Mittelpunkt ein von den Sartarema wehverehrtes und gefürchtetes Tier steht. Die drei Zentimeter lange, hier heimische Tugandera. Sie ist bekannt dafür, einen der schmerzhaftesten Stiche im gesamten Insektenreich zu haben. Dutzende dieser Ameisen werden für das Ritual lebendig in einen Handschuh eingeflochten, den die männlichen Dorfbewohner zehn Minuten lang anziehen. Die Folge sind eine Menge Stiche. Und ein unbeschreiblicher Schmerz. Diese jahrhundertealte Tradition findet zweimal im Jahr statt. Miri soll es zum ersten Mal versuchen. Schafft er es nicht, darf er in der Dorfgemeinschaft keine verantwortungsvolle Rolle übernehmen. Heute bricht er mit seinem Vater und seinen Cousins in den Dschungel auf, um die Ameisen für das Ritual zu besorgen. Mit dem Boot geht es eine halbe Stunde flussaufwärts. Und dort erhofft sich die Gruppe eine reiche Beute. Wir finden die Ameisen auf trockenen Böden. Wie wir von unseren Vorfahren wissen, sind die dort lebenden Ameisen die mit den schmerzhaftesten Stichen. Nach einem kurzen Fußmarsch ist es soweit. Die Gruppe erschwäht am Stamm eines Baumes ein Tukanderanest. Miri benutzt ein Blasinstrument aus Bambus, um sie herauszulocken. Du musst hineinblasen, dann kommen sie. Ob die Ameisen wirklich auf den Ton reagieren, ist nicht bewiesen, aber es scheint zu wirken. Eine nach der anderen Ameise kommt aus dem Bau. Das Tier wird auch 24 Stunden Ameise genannt. Denn so lange verursacht ihr Stich einen starken, brennenden Schmerz. Wie schmerzhaft soll Miri schon bald erleben. Erwachsen werden, das ist nicht nur im Dschungel von Brasilien, sondern auch im Großstadtdschungel Mexiko-Cities ein großes Abenteuer. In einem Viertel am Rand der Metropole lebt Renata mit ihrer Mutter und Schwester. Schon seit Monaten ist der baldige 15. Geburtstag von Renata das Thema in der Familie. Morgen ist es endlich soweit. Wie fühlst du dich vor deinem großen Tag? Ich hoffe, es genießen zu können, dass die Tänze gut klappen, dass mich alle in meinem Kleid bewundern. Ich hoffe, das wird alles gut und es wird auch schön für mich. Der 15. Geburtstag von Mädchen wird in Mexiko größer gefeiert als manche Hochzeiten. Denn traditionell gesehen werden die Mädchen an diesem Tag zur erwachsenen Frau. Renatas Outfit für die Riesenfeier gleicht dem einer Prinzessin. Sogar eine Krone wird sie an diesem Tag tragen. In Mexiko haben diese Quinceañera genannten Feiern lange Tradition. Früher ging es dabei vor allem darum, die Mädchen, die mit 15 bereits in einem heiratsfähigen Alter waren, potenziellen Ehemännern vorzustellen. Doch das hat sich geändert. Heute treten die Mädchen nur noch symbolisch in die Erwachsenenwelt ein. Trotzdem sind die Partys in den letzten Jahren zu riesigen Events geworden. Dazu gehört auch das Vorführen von Tänzen. Eine Herausforderung für die schüchterne Renata. Heute ist Generalprobe. Renata, komm schon! Wir müssen noch mein Kleid holen. Und zur Tanzprobe. Los! Vor dem Tanzunterricht holt Mutter Gabi noch ihr neues Kleid ab. Eine weitere hohe Ausgabe, insgesamt 7.000 Euro, geben Gabi und ihr Ex-Mann für die Feier aus. Das ist für die meisten Mexikaner so viel wie ein ganzes Jahreseinkommen. Nicht selten verschulden sich Familien sogar, um die pompöse Feier stemmen zu können. Dennoch. Wenn ich meine Tochter damit glücklich machen kann, ist es das wert. Ihr Lachen, wenn sie ihr Kleid probiert oder die Tänze lernt, das macht die schlaflosen Nächte, die Müdigkeit und die ganze Arbeit wieder wett. Morgen wird ein großer Tag. Nicht nur für Renatas, sondern auch für mich. Für die Tanzeinlage bei der Feier wird Renata von Profis unterstützt. In einem Tanzstudio hat sie die letzten Wochen mit ihnen trainiert. Sie werden den Part der sogenannten Chambelanes übernehmen und Renata bei den aufwändigen Choreografien unterstützen. Denn bei der Feier soll nichts schief gehen. Normalerweise sind die Chambelanes enge Freunde. Aber ich wollte meinen Freunden nicht zumuten, Tänze einzustudieren. Also mache ich das mit Profis, die schon Erfahrung haben. Unter Anleitung eines Choreografen studiert die Gruppe seit vier Wochen fünf Tänze ein. Keine Quinceaniera kommt ohne diesen Mix klassischer und moderner Tänze aus. Damit werden die Gäste der Mega-Feier unterhalten. Und Renata zeigt sich als stolze, selbstbewusste Frau. Alle Gäste werden die Tänze begutachten und darüber reden. Deshalb überlässt der Choreograf nichts dem Zufall. Ich versuche mich auf ausgefallene Songs zu konzentrieren, sodass die Leute denken, wow, was ist das? Renata wird vor allem zu Klassikern tanzen wie Michael Jacksons Thriller. 200 Gäste sind eingeladen. Heute ist die letzte Probe. Kommt mehr aus euch heraus. Und du, schwing die Arme weit auf und lächel. Mal lächeln. Genau so. Diese Tanzschritte werden Renata morgen in ein neues Kapitel ihres Lebens führen. Denn ab dann ist ihre Kindheit Vergangenheit. Mit 15 Jahren gilt sie als erwachsene Frau. Doch bis es so weit ist, gibt es noch einige Stolpersteine. Zurück in Brasilien. Die Gruppe um Miri sammelt die Tukandera-Ameisen für das Ritual. Äusserlich ist Miri ruhig, doch sein Vater spürt seine Nervosität beim Anblick der riesigen Ameisen. Miri, die Tukandera sind enorm wichtig für uns, hat der Re-Mavé. Wenn du das Ritual nicht bestehst, respektiert dich die Gemeinschaft nicht. Sie würden über dich sagen, dass du ein Angsthase bist. Kein Mädchen aus dem Dorf würde dich heiraten wollen. Deshalb musst du es machen, ob du magst oder nicht. Ich muss das auch machen. Und ich will, dass du es einmal an deine Söhne weitergibst. Die Erwartungen seiner Familie sind hoch. Und Miri wird sie nicht enttäuschen. Ich bin aufgeregt, weil mein Vater mir erzählt hat, dass es sehr wehtut. Und auch meine Cousins erzählten mir von Schmerz. Aber noch kann ich das nicht glauben. Ich will es selbst erleben. Besteht er die Prüfung, ändert sich Miris Leben komplett. Auch wenn er die legale Volljährigkeit in Brasilien erst mit 18 Jahren erreicht, akzeptiert ihn die Dorfgemeinschaft als erwachsenes Mitglied. Miri will es unbedingt schaffen. Ich denke, ich werde dann allein in den Dschungel zur Jagd gehen können. Oder anstatt am See im Dorf zum Fischen an den Fluss gehen können. Ich werde viele Dinge tun können, die ich jetzt noch nicht kann. Auf dem Weg zurück entdeckt die Gruppe Raupen. Für die naturverbundenen Saterema W. kein Grund, sich zu ekeln. Ganz im Gegenteil. Die proteinreichen Raupen sind ein willkommener Snack. Wir essen die Raupen vor dem Ritual. Denn man sagt, dass dann der Schmerz schneller weggeht. Zurück im Dorf weben die Stammesmitglieder die lebenden Ameisen in einen Zeremoniehandschuh ein. Um dabei nicht gestochen zu werden und die Tiere nicht zu quälen, betäuben die Männer sie vorher in einem Topf mit Pflanzensud. So kann Miris Vater sie mit dem Stachel nach innen zeigend in den Handschuh flechten. Das Ritual wird seit Generationen durchgeführt und soll die Saterema W. auch vor Krankheiten schützen. Bis zu 20 Mal absolvieren die Männer das Ritual in ihrem Leben. Der Dorfschamane leitet die Zeremonie. Für uns ist das Gift der Tukandera wie eine Impfung. Wir können uns so gegen verschiedene Krankheiten des Waldes immunisieren und sind besser geschützt. Die Dorfbewohner sind überzeugt, dass das Ameisengift auch gegen eine Covid-Erkrankung immun macht. Für Miri wird es ernst. Der Handschuh ist bereit und die Zeremonie beginnt. Auch in Mexiko ist der große Tag gekommen. Es ist Renatas 15. Geburtstag und ihre Quinceanera steht bevor. Schon früh morgens wird sie dafür von zwei Haar- und Make-up-Stylistinnen hergerichtet. An diesem Tag dreht sich alles nur um mich. Und alle sollen denken, wow, das ist unsere Kinceanera. Mit meinem Äußeren will ich heute aus der Masse hervorstechen. Trotz des Trubels bleibt Renata nach außen hin cool. Doch eine Sache macht sie nervös. Renatas Eltern leben getrennt und ihren Vater sieht sie nur selten. Doch heute werden sie miteinander tanzen. Der Tanz mit dem Vater ist sehr wichtig, bei allen Quinceaneras. Es ist wie, schau, ich bin jetzt nicht mehr dein kleines Mädchen. Klar bin ich noch deine Tochter, aber ich werde erwachsen. Das musst du akzeptieren. Und mein Vater ist für mich sehr wichtig, weil er mir sehr viel Liebe gibt. Auch wenn wir uns nicht oft sehen. Nach und nach verwandelt sich die schüchterne Renata. Sie soll heute wie eine echte Prinzessin aussehen. Und wie eine erwachsene Frau. Zum ersten Mal sieht jetzt auch Renatas Mutter ihre Tochter in komplettem Outfit. Du bist wunderschön. Du bist perfekt. Du bringst mich noch zum Weinen. Weil ich so glücklich bin. Ich bin so stolz. Meine Prinzessin, meine Kleine. Genieße deinen Tag, wir sind bereit. Endlich beginnt die Feier, auf die Renata seit Monaten gewartet hat. Mit ihren Tänzern und Freundinnen geht es zur Location. Natürlich standesgemäß in einer Stretch-Limo. Wirklich wundern tut sich über diesen Anblick hier aber niemand. In Mexiko ist das Spektakel einer Quinceaniera Alltag. Egal ob arm oder reich. Jede Familie macht alles wahr, um ihren Töchtern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Vor Ort gibt es eine ausgiebige Fotosession. Gleich mehrere professionelle Fotografen halten diesen Tag in Hunderten Fotos fest. Für Renata heißt das, Dutzende Posen und immer wieder Lächeln. Lächeln. So eine Feier kann auch anstrengend sein für eine 15-Jährige. Doch dann kann Renata endlich auch ihren Vater in die Arme nehmen. Hallo, Pa. Du riechst nach Parfum. Drinnen warten schon alle gespannt auf Renata. 200 Gäste sind gekommen. Es gibt Live-Musik, eine Torte und sogar einen eigenen Thron für das Geburtstagskind. Doch der wichtigste Moment steht ihr noch bevor. Sie wird vor allen Gästen die perfekte Tanzshow abliefern müssen und wird mit einer offiziellen Zeremonie in die Erwachsenenwelt eingeführt. Im brasilianischen Dschungel ist der 13-jährige Miri mindestens genauso nervös. Das schmerzhafte Ritual steht kurz bevor. In diesem Handschuh warten Dutzende wütende Tukandera-Ameisen darauf, in seine Hand zu stechen. Dann geht es los. Die linke Hand kommt nur kurz in den Handschuh. Doch die rechte muss er fünf Minuten darin lassen. Immer wieder stechen die Riesenameisen jetzt zu. Und Miri durchfahren starke Schmerzen. Der Tanz und Gesang sollen davon ablenken. Schon bald singt und tanzt das ganze Dorf mit ihm. Dann ist es endlich geschafft. Miri leidet, doch lässt sich, um stark zu wirken, nichts anmerken. Miri ist erschöpft, aber auch stolz. Zehn Minuten hat er ausgehalten. Er hat die Prüfung geschafft. Von nun an sieht ihn die Dorfgemeinschaft als vollwertiges Mitglied an. Und er ist sich jetzt schon sicher. Er wird das Ritual wieder machen. Ich glaube fest daran. Es macht mich stärker. Ich denke, jedes Mal, wenn ich das Ritual machen werde, wird es mir noch mehr Kraft geben. Für uns ist das, wie sich gegen Krankheiten impfen zu lassen. Doch es ist noch nicht vorbei. Das Adrenalin lässt nach, aber der Schmerz noch lange nicht. Bis zu 24 Stunden muss Miri ihn ertragen. Doch er zeigt sich tapfer, wie ein echter Krieger. Ganz zum Stolz seiner Eltern. So diszipliniert, wie er den Schmerz aushält, wird er eines Tages auch eine Familie führen können. So kann aus ihm auch ein Anführer werden. Er ist jetzt mit dem Schmerz ganz allein. Das ist, wie wenn eine Frau ein Kind bekommt. Sie ist dann auch allein mit ihrem Schmerz. Wenn er einmal eine Frau hat, wird er wissen, durch welchen Schmerz sie gehen musste. Und er wird sie sehr gut behandeln. Miri hat das Ritual geschafft. Nach zwei Stunden tobt er schon wieder mit seinen Freunden herum. Der Schmerz wird zwar noch bis zum nächsten Tag anhalten, doch beim Spielen kann er das schnell vergessen. Und auch, dass er jetzt eigentlich als erwachsen gilt. Ferdinata in Mexiko stehen die wichtigsten Momente der Zeremonie an. Zuerst der Tanz mit ihrem Vater. Diesen Moment mit ihm zu teilen, ist nicht nur für sie etwas ganz Besonderes. Ich bin super ergriffen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so emotional sein wird. Sie so zu sehen, das geht mir wirklich nah. Doch der aufregendste Part für Renata kommt jetzt. Sie muss ihren Gästen die wochenlang einstudierten Tänze fehlerfrei vorführen. Fünf verschiedene Titel und Outfits. Dreh dich um, cool bleiben. Ohne große Fehler bestreiten Renata und ihre Tänzer das anstrengende Programm. Ich glaube, alles lief ziemlich gut. Ich bin jetzt gelassener und glücklich, die Feier genießen zu können. Mit einer Krönung und der Übergabe eines letzten Riesengeschenkes endet für Renata nun symbolisch ihre Kindheit. Heute fängt eine neue Etappe für dich an. Ich werde nicht immer so auf dich aufpassen können, wie ich gern möchte. Aber ich werde immer für dich da sein. Auch Renata hat ihre Reifeprüfung bestanden und geht ab jetzt als junge Erwachsene durchs Leben. Egal ob Brasilien oder Mexiko, so unterschiedlich Reiferituale auf der ganzen Welt sind, eines ist bei allen gleich. An diesen Tag werden sie sich ihr ganzes Leben lang erinnern.